Ja, dann würde ich sagen, hallo Leute und willkommen zurück zu Hammerwatch. Das ist jetzt der, wenn ich mich nicht verzählt habe, vierte Akt, den wir jetzt spielen. Dabei sind der Gortholk, der Sven-Chu und Screaming Mikey G. Links in der Kanalbeschreibung, äh, Kanalbeschreibung, in der Videobeschreibung, die keinen Arsch liest. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Yeah. Yay. Yeah. Da spinnt er davon. Super. You will spin me right round. Ah, äh, die, in der letzten, also das hier ist jetzt die letzte, der letzte Akt, den wir spielen, vom regulären Spiel. Und den habe ich tatsächlich in der Version 1.2 noch gar nicht gespielt, muss ich mal dazu sagen. Also ich habe ihn schon gespielt, aber ich habe ihn nicht in der neuen Version gespielt mit den Minibossen und so. Das heißt, ich kenne die Minibosse nicht. Ähm, das sind Magier, die ziemlich, ziemlich, äh, beschissen sind, weil die auch solche Supernovas drauf haben, wie wir als Combo-Novas haben. Ah. Oh, kacke. Du wirst noch ein bisschen nerviger. Kado, shit. Wow, hier ist so viel. Und... Bin wieder in eine komplett andere Richtung unterwegs. Ja, äh, hier kriegt man eine Menge Geld. Und es hat gerade bei mir übelst gelaggt. Ich bin so viele Gegner. Alter, nicht schon wieder diese komischen Türme. Wir machen alle nur Selbstmod gerade. Boah, dann freue ich auch nachher, weil da kommt dann nachher nochmal so ein Abstieg, wo glaubt Fünden nebeneinander stehen. Oh, nee, ich bin auch wieder gestorben. Die. 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 Und es gibt übrigens noch so andere Magier, die haben rote Augen, die schießen zwei solche Bälle, die euch auch verfolgen. Ja. Guck mal, die Gegner rennen da rüber und werden erschossen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Halt mich. Scherl, geh danach nicht. Jetzt kann ich das. Ich glaube, ich bin gerade noch. Ich glaube, wir sollten hier ziemlich zusammenbleiben, weil die Viecher doch etwas heftiger sind, als man erwarten würde. Ich komme gerade ganz gut klar. Ah. Moment, wo seid ihr schon wieder? Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Ah, die ganzen Bogenschützen. Also ich bin voll stark gegen die Viecher, glaube ich. Danke, wer seid. Mist, das habe ich verloren. Nicht schon wieder. Also ich komme klar. Ich verstehe nicht, wieso, aber wenn es Spiel ruckelt. Ah, das ist Eis-Magier. Ich kann mir vielen Gegner legen. Ey, der vergaßt uns da vorne, das ist aber nicht lieb von ihm. Ich hasse es, gesloht zu sein. Ich hasse es, vergaß zu sein. So. Oh, Gott. Voll, wie ist das denn jetzt passiert? Nein, ich bin am Stage anfangen. Ach. Bikes deactivated. Oh, Tentakelmonster. Sehr gut. Ich liebe Tentakelmonster. Sie sind jetzt die roten, ne? Oh, ja. Oh, ja. Oh, Geld. Sollten nicht zusammen rumstehen, lass mich mal. Nee, ich habe keinen Mana dafür, mach du mal. Yes. Ich habe einen Silberschlüssel gefunden. Gut. Wenn ich Mana dafür habe, sage ich Bescheid. Schau mal, wie gut das geht mit dem Wirbel. So, die Tür lasse ich mal zu. Wenn ich genug Mana habe, sage ich Bescheid, dann verschwindet ihr. Ah, yes. Okay. Ach, bloß 1 Amor. Sehr gut. Das kann man gebrauchen. Mikey ist abgeschnitten von uns. Oh, nein. Ich finde es lustig. Wir können hier durch. Wollen wir hier durch? Er ist dieser blöde Tor. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich müssen wir dann da durch, oder? Ja, okay, los. Alter, wenn ich den Zauber caste, mache ich zwar unglaublich viel Schaden, aber der bleibt dann einfach stehen. Das ist nicht gut. Na, da lasse ich mal. Oh, yes. Double damage. Double damage. Double damage. Double damage. Double damage. Double damage. Jawohl. Double damage. Lebensboost. Und P-B-Gruppe. Ja, Mann. Ich höre es laut genug, deshalb wäre es schön, wenn du das unterlassen würdest. Mal im Ernst. Echt jetzt? Du hörst das? Ich höre das. Aber der Punkt leuchtet gar nicht mehr. Wie gestern. Ich höre es trotzdem. Oh. Immerhin sitze ich direkt hinter dir. Okay. Hört man, dass ich kürzlich esse? Äh, haben wir einen Schlüssel? Ne. Haben wir nicht. Ähm, keinen goldenen. Oh. Mann. Mann, ich könnte mal einen Händler brauchen, wenn ich mir mein Geld mal so angucke. Da sind Trankens. Oh, 10.000. Äh. Ja, 11.000, so langsam. Oh, mehr Geld. Wenn mal der Gotthold ist, dann abgehauen. Ich hab nen Trankhändler hier. Jo. Aber wo bist du? Na hier. Ach da. Ja. Oh, da nehme ich mir mal. Ah. Ah. Jake schaffst du mir doch voll rein. Ja. Je plus 10 Mana. Wuhu. Na, böse. Die Händler sind, glaube ich, hier ziemlich spät, tatsächlich. Warum bin ich jetzt draufgegangen? Ja. Bogenschutz ist tot. Ich bin eben auch einfach draufgegangen gegen nem Lab. Ja, ich auch. Oll. Da hat nämlich der hier gar keinen Schaden gemacht. Da hat er ganz viel gemacht und ich war tot. Warum hab ich jetzt meinen Trank gezogen? Das war super. Dein goldener Schlüssel. Goldener Schlüssel. Da bin der. Goldener Schlüssel. Ja. Das war mal. Warte mal was? Nein. Gibt es jetzt ein Pokémon, das aussieht wie so ein Schlüsselbund? Ja. Auch bei sieben ist. Schlüsselmann. Das war mal. Das war mal ein Prank. 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 Haha. Alle erwischt. Sehr gut. Ich find das schön, dass das zu Schwende geht. Das ist super praktisch. Also ich bin da gerade gerade durchgewirbelt und hab eigentlich fast alles getöftet. Das war cool. Ja, wir können jetzt die Monsterhaut einfach so töten, ja. Ja. Also diese Skills, die man bekommt, sind echt super. Das macht jetzt auch immer Spaß. Mächtig. Dann auf einmal Hack and Slay. Richtig. Mann, das arbeitet hier jetzt richtig ausgrafen. Und natürlich, die Jugend lässt mir das Geld liegen. Gehen wir sie alle. Mann. Oh. Irgendwo ein Händervie? Nein, okay. Man lässt ja eigentlich immer Geld liegen. So viel Geld. Weil wir erstmal die Gegner töten wollen. Alles wird abgeschleppt. Erstmal die Gegner töten. Das ist am Arsch der Welt. 20. Frau Mohr. Schicksal. Und der habe sogar einen Schlüssel vergessen. Nein, aber du bist in der Falle drin-gestanden in der Falle. Wohlfall. Ich stand also daneben. Oder nicht. Ich bin ja nicht ganz. Oder geht es nun gar kein daneben schade. Was ist das denn für ein Ding? So ein Flammwerfer mit einem Portal und dann geht ja. die Bautsch okay war an einiger zu machen der Post gefunden wenn er es nicht gerade auch wieder über das sie gefunden hat ja die Urschel dort zu gelohnt in der 2 das hat sie nie lieblich immer so will die nächste nicht mehr und woher der andere war größer bis so gibt er sich weg wenn ich meine Bomben werfen bis zu sterb ich doch hätte so schelte aber dort war noch gegner da haben wir nicht in der Welt er gibt es doch nicht ich glaube nicht falsch verdammt sein ein bisschen nachgeführt ist fast anwesend aber die Richtung müssen noch hoch sind für alle tot das sind wird noch mal den Checkpoint da oben aktivieren die Bisschen schon die ich mach mal Prozent und er hat die Geldverlösen waren wir haben das ist ein paar Fragen Liedländer bei Geld speichert mit war eine Fallfalle ausgetötet wo 250 und die und die ganz viel Geld um das so möglich ist ja wo ich jetzt mal gesagt oder die Schimmelblatt gemacht was habe ich getötet Akku was soll die Krieg dafür Wettbewerb aber er hat hat Rabattpunkt ist im Motto ja, dann sind die Preise noch billiger, dass unser Geld noch mehr wert ist seht ihr? 8 und 10 Tage hier Liebe, es ist so cool Danke Mittlerweile hab ich 15.000 Ja, trotzdem, Gold ist immer schön Ja, aber viel zu viel Geld, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll nachher Leute, mit Schilden Ich kann leider meinen Zauber nicht casten, ohne drauf zu gehen Ich find das hier nervig Gorthol, komm her, wir haben es brutal Ich bin dabei, Mann Wartet doch mal auf diesen scheiß alten Mann hier Könnt mich allemal haben Das war sogar nötig Ah, da ist schon Komm wieder zurück, komm wieder weg, wieder weg Schnell Komm doch wieder rein Verdammt Ja Au Jeder von uns ist drauf reingefahren Da war was Ich vergaß Da war ja noch was Mist Au Das hat fehlgetan Nein, das war die Schnellreiter Schnellreiter Uah Jolo-Mode Ich bin versichert An der Jolo-Versicherung Na, die Jolo-Versicherung, die hat mir schon ganz schön gut geholfen, also 57 Mal gestorben und immer noch dabei Ja, richtig Ich hab ganz langen Gang Da sieht man mal, ne? Mh, Qualitätswahl auf dem Ganzen Die Werbung lügt nicht Ja Au Tja, jetzt musst du leider das Video das Ich hab die roten Flam Den roten Flam Der hat uns gerade eben verbrannt hat Sehr gut Ah Es ist gut, dass wir das Ganze in der richtigen Reihenfolge machen Warte mal, sind wir Sind wir schon fast fertig mit dem Spiel? Das wird schade Ne, ne, wir haben gerade mal einen Schalter Okay Ich glaub's doch nicht ernsthaft, dass das vierte Level uns so gnädig ist und es einfach so Durchmachen lässt So Mann Wer hätte jetzt wartet gerade auf uns alle? Das heißt, ich warte jetzt, ne? Also ich warte auf Sven Schuh und Jake Auf Sven und Jake? Ne, jetzt nur auf Sven Schuh Sven war's Ja Ah, ich war's Okay Hab's mir ja schon fast gedacht Dort Gegner reinlegen Hehehe Hau, hau Du bist ein Gegner Ja, ich hab's grad gemerkt Ich hab den grad mit unserem Paladin verwechselt Oh, Tentac Lass und Vorkum Ich lock die Tilden 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 Das ist tot, jawoll Ich hab kein Schlüssel So muss das sein Oh nein, wir können Geh nicht zu über Bomben Jetzt haben wir den Schlüssel Und jetzt hab ich keinen Bock zurückzulaufen Und ich bin dort Okay Dann mach du das mal Ja, ganz schön schnell Ich hab doch jetzt Na komm Fast 17.000 Ah, so viele magische Bälle Gegner Horden So Wär's nicht mehr 17.500 Gold Schon Okay, ich mach's eintrag mit Monster � machen es noch niemand ein Leben das ist offensichtlich zu können was macht nicht sterben wir kommen dir langsam zur Hilfe aber ich bin schnell was der ungeduldig es ist leicht vor ich könnte Lebenspunkt gebrauchen leiten dort r.a.a. so viel vorschützen so viele Leute die so sind wie du blöd ist dass die Pfeile von dir noch schneller fliegen als vorher habe ich zeige jetzt kann ich heilen so nachdem ist die Gruppe kommt schon RL damit und wieder tot bis er mit reingerannt ja aber das mann von der Dänser die kommen gar nicht zu sein die haben genug Lebenspunkte ja ja dann halt nicht Peter Pins Dato Lala ich immer zurück ich hab noch mein Gott mein Gott Otto ist schon 54 mal gestorben er könnte ich nicht mit den meisten Toten keine Sorge so weit wird es nicht kommen das ist der Gott das ist in einem Stadion wir wissen wie er das lief bestraft zu werden zwei Wochen aber er wird man so langsam mal schlafen und weg beziehungsweise warten auf die Zuschauer genau wie er sich immer noch kommen in die Kommentare schreiben was derjenige tun muss ähm wie der Bestrafte der meiste gestorben ist nach dem Geistlier ja woher die hell are you guys oh der Omer ist da wieder so ein Magier Jake oh nee ich bin mir nicht sicher aber es kann gut sein ich hätte zum Beispiel ich hätte mal eine Idee also falls die Zuschauer nicht eine bessere Idee haben ich hab den Schalter gedrückt hm äh wäre eine wäre ein kleines Spiel äh das er spielen könnte oh das ist wieder so ein Magier äh und zwar ähm wie heißt ich weiß nicht wie es heißt im Endeffekt praktisch das Adventure Game von Barbie oh ja er hat mir eine Strafe aber jetzt würde ihn auch ja aber er wird es spielen das heißt ja auch Strafe und nicht Belohnung oder Hello Kitty Online Hello Kitty Online als Komplettprojekt ja als hundertprozentrum ein echter Let's Player spielt alles allerdings das Problem ist wenn ich jetzt das Maul aufmache und verliere ich hätte nachdenken sollen glaube ich mach keine Sorge in der Zeit wo du das erzählt hast bin ich glaube ich dreimal gestorben ich bin auch nochmal draufgegangen wie seid ihr denn? ich will mich an Gegnern hochheilen sehr gut sehr gut MendoToin und plus fünf herz hier müssen wir übrigens rein für den Boss und Trankhändler das ist gut das war mir schon fast ne wir sind nicht durch wir müssen jetzt erstmal noch alle drei Gänge laufen und dann holen wir sie natürlich da wäre mir lieber gewesen die Sealed was auch immer keine Ahnung da drüben geht's zu ne Menge Händler da geht's zu ne Händler mhm ja wir haben keine Schlüssel mehr schade und suchen wir welche wow 20.000 ich hab 19.000 ich will auch 20.000 haben hey 19.000 verdammt wenn ich jetzt sterbe stehe ich hier direkt wieder so so Tentakelfee wow dass ich da nicht getroffen worden bin wow wow ich weiß aber ich weiß so aber ich habe aber schon es tut mir leid ein verdammter oder oder zurücklaufen du kannst dir jetzt aussuchen oder so alles gekauft ich habe immer noch 10.000 aber das war jetzt nur der Kombo Händler der ist scheiße das Kombo mag keiner ja okay wir brauchen silberne Schlüssel jetzt ne und Geld doch Müski ist auch gegessen Mist wo ist der Händler nochmal ich war ja gerade beschlossen das ist ein Falle ich bin gerade einfach über eine Falle gelaufen das war eine Feuerfalle das ist nicht so gut gewesen ich halte oh scheiße okay es sind diese neuen komischen anderen Magier da diese Monster spawnen geh weg geh weg geh weg stirb danke sehr schön kap den Weg hab ihn getötet war so nett und hab ihn beseitigt du hast den Händler beseitigt stirb Händler stirb bis genau du bist ein Dungeon Crawler verdammt du musst aber hungrig sein ich verkauf dir was zu essen hey hör auf mich zu schlafen ja das frage ich mich auch warum legt man dich einfach die Dungeon Händler um höll im Ernst da kriegt man alles oh nein oh nein oh nein ich habe es über diese Feuerfalle geschafft und jetzt bin ich in einem Raum mit ganz vielen Gegner voll gemacht oh nein oh nein oh Gott das ist so anstrengend hier aber wenn du kommen habt ihr da gefunden immerhin Achtung 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 hat ihn schon fast daumen gehabt ich hab einen Flammenwerfer im Gegensatz zu dir Aua Aua Feuerfalle pass auf ja ich weiß Mindercoin ich hab den Raum mal eben beseitigt ja das ist gut sieht man eigentlich auf der irgendwann noch das Monster gebraucht jetzt können wir uns nicht mehr betreten super gemacht sieht man irgendwann noch mal wie viele Monster man installiert äh ja am Ende es gibt eine Statistik Dings da sieht man wie viele Monster man Geil dann können wir uns mal vergleichen ah ne kannst du sogar wenn du auf Start drückst und dann unter Statistik kannst du es dir angucken ne noch nicht noch nicht noch keine Zwischenstände gut dann sag ich euch nicht wer vorne ist ok mein Schaden ist auf jeden Fall viel Schaden gemacht du weißt wer vorne ist ich sag's dir nicht keine Zwischenstände Mensch nicht was ich wette ich wette Mikey ist vorne du siehst nicht wie viel äh du siehst nicht wie viel äh Gegner du getötet hast sondern du siehst wie viel Schaden du gedrückt hast ok cool oh das geht nicht so schnell wie viel Platz schnell schnell ist oh nein ich wette gewollt ich hab dir grad geholfen ich hab schnell verdammt ich hab nicht gereicht ah nein 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 oh Gott ich fühlte mich schuldig weil ich dich eben in den Tod geführt hatte wenn du dich daran erinnerst ich hab bei den Augen mit dir ganz viel Gold aufgeschlossen ach das Ding lebt noch sag das doch ich hab's auch was gerade gemerkt warte Bomben warte geh da weg geh da weg geh da weg geh da weg ah du weißt nicht was da umgebracht gut toll feuerfalle gestorben Kisten yes money boah 17.000 ich hab 22.000 ne ich hab wieder 13.000 aber dafür hab ich jetzt alle Kombos ja die hab ich auch können auch mal zwei Kombohändler gehen wenn man schon mal da ist n ist noch ein bisschen hier aus dem Grund aber auch so was war ich das war sehr schlecht das war echt immer so lange starten er hätte man kommen und ich aktiviere sollen und ich bleibe nicht drauf was er auch ein Zettler da oben da brauchen wir haben sie und Schlüssel immer nach oben kommen da oben ist noch ein ganzer Gang breiter noch zwei Kinder die Menschen hier kommt mit haben Hilfe Heilerau so aber darum geht weiter und das auch der Silberschlüssel Super Kümmern auch gleich den Offensendler stürmen wo geht's denn hier weiter da oben bist du ich bin hier oben ich bin tot das kann er mal machen also ich bin jetzt wieder beim Checkpoint die jetzt schon die Gänge da erkundet oder was yes yes alle Blatt machen yes das und die es gehen und gehen und Goldschlüssel aber blöde Mist Magier die Spawner sich schnelle Abbilder von ihm ein Monterrey bei Besat und das war ja groß die Kunst kompliziert und ist Prozent um ist in die Ecke drängen lassen das steht Gart es ist bei Spitz nicht zu tun es sind nicht mal Rätsel aber auch nicht zu tun dafür auch ich glaube aber nichts warum ja ich habe gedacht hm kann ich da lang gehen ja schein schon ich glaube es ist ein Bug cool ach ach du scheiß mich doch ach du scheiß mich doch an aber Alter erhält er hat es ist auch dass die meint ihr das ernst weil die das echt ernst Flabber Digger auf Flabber aus dem Teil hier geht's nicht lang da geht's lang bist du bei der Riesen großen Feuerfallenplatte Ja Au Schön Die ist super Le Vor allem, warum ich dir doch noch einen Magier dafür schießt, ey Ach, fäng dich doch, Magier Alter, der Magier Ich stand auf dieser einen Ah, so Scheiß auf das Rätsel Hör mir durch Gott, das war keine gute Idee Das war keine gute Idee Schon wieder Ah, 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 nein, ich bin tot Das gibt's doch nicht So Hey, wo seid ihr denn? Also, wo geht ihr denn immerhin dafür? Ich bin einfach durchgerannt, so Endlich Hab einfachst gewesen Au Mann, oh Mann, oh Mann Ich kiltert immer hier eben durch die Wand Wallkill Ah Bin grad stehen geblieben, hab dir zugeguckt und nicht gehört, dass dieses Viech langsam killt Ich konnte Ich hab jetzt hier mal ein Dings Erektiviert, das heißt, wenn ihr sterbt, kommt ihr durch die Feuerfalle Kommt ihr auf der anderen Seite raus Yay Cool So, ja, yay Okay Das ist gut Das ist gut, glaub ich Warte noch fünf Mana, dann hab ich das Ding kaputt Meine Fresse Das ist aber auch mal gut hier Lebt ihr jetzt doch irgendwer Ey, warum stimmt das nicht? Ich lebe Ich lebe auch Eigentlich Ja Eigentlich Aber natürlich Auch das wir immer noch nicht tun Ich tue mein Bestes, wieder Mana zu kriegen, aber ich brauch halt 175 Vor allem tut Maike gerade das Beste, um einfach zu sterben Ja, das ist ne gute Idee, weil dann kommt ihr nicht her Oh, dann sind noch Zeugs Oh nein Super Er hat den Schiff voll aktiviert Gut gemacht, also ich hab ihn wieder zurück aktiviert Ah, das ist gut Wahrscheinlich grad in dem Moment ist irgendeiner draufgegangen So Ähm, wie komm ich denn zu dieser großen Feuerfallung? Ja, weißt du, ohne zu sterben, das ist jetzt übertrieben Okay, töte mich, töte mich, töte mich, ich bin tot Ich will nicht sterben Ja Aha, Ranger und Oh ne Oh ne, nicht schon wieder so ein Ding Na gut, da muss ich jetzt die Feuerfalle leider suchen Könnt ich mir denn irgendwie eine Richtung sagen, in die gehen Das Kreuz da nach links Äh, nach rechts Jetzt noch ein Vitality Händler Also, äh, also wo der Teleportal ist, wo die Praxis das Tor zum Boss ist Wo die Händler sind Mist Da war Oli. was soll das ist Also da oben ist noch einer wo dieses Komischding da ist Oh, 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 oh ein alter das sind aber wir haben denn der Bissett ist böse da heute in Silberschlüssel soll ich auch wenn sie in die Verhandlung verschalten wegen der Offense e-baller bald Leben er hat mich in Todkosten nicht ich muss meine Frau Beklappen oder so und ich habe alles gekauft jetzt glaube ich und ist aber noch mal so ein viel aber ich habe ich das bevor ich gestorben bin ich bin gut können wir sagen weiter nach sich auf der Karte Vitalität um es sei so ein Silberschlüssel anzahlen muss ich glaube ich nicht war aus aber ich habe es gewusst habe ich selber noch hinbekommen helft man ja was ich habe in den Prozess um es muss sein können dass er das hingeht hat die Kursen der Händler und einigen hierzu gelandet auch so ich bin schon wieder am Arbeiter ich bin nur ein Tod hinter hinter dem es geht jetzt ab ja cool läuft doch läuft bei mir freu dich schon mal auf Let's Play Barbies Adventure ah geil wenn wir Gleichstand haben machen wir aber ein Let's Play Together drauf bringen der Feuerfalle fest ja alles klar ja das ist ja klar können wir gleich ein Let's Play Together mit mir machen weil ich würde es wahrscheinlich auch noch Tode kriegen ach Mist ich komme die Feuerfalle nicht mehr drüber warum nicht weil ich dauernd drauf gehen dabei auch also ich hatte mit der Feuerfalle haben Schatzkonferenz ich bin da auch einfach durchgekommen weil ich jetzt durchgerabt bin Oh nein ich bin auch voller Feuerfalle, ah komm schon F1 da irgendwo da da definitiv da, ja weißt du was, Scheiß drauf Safe Point du schaffst das, ich hab ein Safe Point für dieses komisch Ding da da, Alter, halt das aus wo soll man dieses Spiel spielen? wo ist der Händler, ich wollte eigentlich zum Händler verdammt zu welchem Händler? Offense Händler Ahhhh der ist von dem großen Kreuz aus liegen, also da müsstest du jetzt nochmal über die Feuerfalle zurück aber wenn ich so weiter hier sitze, habe ich gleich ein hohles Kreuz Ahhhh Ahhhh ja, aber sowieso zurück also Ich hab das Gefühl beim nächsten, das Gefühl beim nächsten Rückblick von, was weiß ich, warum ich einen Rückblick machen sollte ich, äh, auf jeden Fall sehr viel aus unserer Spielerei hier rausnehmen da, wo ist er denn? mach ich ziemlich gut drauf ja, ich weiß gar nicht, warum? Gn 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 die Führung seit ihr Achso da drüben da ist irgendwer und nehmen große aus mini-boss und ein eben Barstattung und geil weitergeht macht immer erst mal Platz die Vorhaben er verrichtet ich habe einen Schlüssel gefunden auch so wir haben das vertreten hat die Gruppe wird wieder mal gehalten ist gut das liegt ich vergesse das nicht nur das Leben das war auch mein Gott der Töte mich halt ich habe nichts gegen und dort macht es bin ich mehr hinten was ich habe ein Rundforsitz die Stärksten das war lange gedauert er hat es nicht nur ein Glück war wird der Doppelpark Prozent Polio Feuer gegen Eiferschein die können aber halten nicht mitbekommen auch Bombe es vergiftet das ist der letzte Endgegner so ja der ist eigentlich ganz cool wirst du ich bin er auch nicht schaden raus das ist ein Drache natürlich Drachen sind cool ich liebe Drachen das ist auch wieder so ein toller Abschnitt kein Problem ich hab nicht genug Reichweite ich hab keine Reichweite dafür dass mich da Bogenschützer machen und ich der Warlock kommt da nämlich auch noch ganz gut rüber gerade eben aber selbst wenn ich hab sie gleich und auch an das ist gemacht aber wir kommen daher hätte ich auch rumlaufen können jetzt und genauer was auch immer tut nicht den Schalter hinter mir drücken Hey don't falle vollstecken glaubt ihr wirklich drückt ihn nicht okay wenn ich meine selbst tut es nicht was passiert denn da ist doch lustig du wirst uns das Leben unnötig erschweren wenn du den Knopf drückst ja was passiert denn da da fahren die ganzen blauen Feuerfallen hier hoch über die wir grad drüber laufen und es reicht schon dass wir lauter Spikes sind ja okay das Ding ist tot da vorne ist unten scharf scharfschützen Gegner genau der ja ja die ganze Magie mach ich jetzt schon mal Blatt wo da drüben sind ich bin tot Alter ich kriege euch noch ich hab 62 Tote jetzt wir fliegen Pfeile und Supernovas entgegen Leute ihr seid viel schneller ich dachte mein Gott 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 oh ne was ich mach mir aber auch ganz viel von dem Spiel bleib weg bleib weg den stark ich krieg nicht immer mit einem ich komm nicht hin ich komm nicht hin soo ok weiter gehts Vorsicht hier so ein wieder so ein Dings Perfekt äh das ohja ja Hentai Viecher mhm was ist denn ein Hentai Viecher gut tot das ging schnell jo mach das ich klär grad den ganzen Raum hier ja hm hm da wie er da das selbte wurde oben ist nichts mehr so ok jetzt freue ich noch 75 wieder und dann mach ich weiter weil ich kann einfach durch denn und alles stimmt einfach alles da oben ist nichts mehr ich hab'n Schlüssel liegen lassen mit meinem Skillwürfel kann ich das auch jetzt guckt euch mal umguckt euch mal den Raum hier jetzt sogar nicht ein blauen Feuerfall noch anbären oh ne keine Gegner haben 5 more to go also 5 haa guter Englisch oh god ah mit gottes willen du kannst einfach hier rumgehen achso ah ich weiß wie man den da vorne ist noch eins ich versuch hinzukommen ich hab irgendeine Passage mit mir du bist und kannst du uns mal heilen super Jake ja klar ja eh died died bist oh nein verdammt ich wollte eigentlich da vorne hinkommen und einfach mal wieder durchwaschen und sterben wäre wieder lustig gewesen einfach mal so zu sterben oh oh wir müssen da vorne hin da ist eins von diesen Dings mit dem Moor zu go warte Mike stell dich mal hier hin wohin Schatten Baller und Baller den Turm oh Gott bei vorne ein Turm ist ein Ding was wir aktivieren müssen ach das ich will ich will euch ja nichts aber man kann doch einfach um die andere Seite gehen stimmt ja davon ist aber ein Ding was was wir brauchen guck mal auf die Garde der Jake Raston wieder mit den ganzen Gegner Massen rum da verdammt knapp mal wieder oh Gott so hauen weg tot es ist es ist erledigt pf pf Trankhändler wo ist noch ein Trankhändler das finde ich gut ok komm her ja hier bei mir oh nee mein 60. Tod die 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 D neuen so ich bin ich bin tot oh Gott oben liegt nur ein Schlüssel rum so der Turm ist weg Nein 70er Tod ja 70er Todespecial ja 70 Todespecial da ist auch wieder ein Paar da sitzt aber ein bisschen dran ah nein oh nie genau ok 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 das schaffe ich yeah hast du recht, was bringst du noch spieler mit? neue Freunde ich mag die Freunde nicht ich bin tot deine Freunde hat mich getötet hey da sind sie auch wieder oh jetzt muss ich meine eigene Freunde töten wow so ich habe hier nochmal so ein Mini Lich nein nein wo oh ich glaube ich brauche Mackie unten ich mag die Typen nicht Mist Junge soll ich zu nah dran gehen du sollst aufpassen weil die Teilchen einfach verdammt stark ein Gold die Goldröme kann man ja wirklich immer aufschließen ne ja eigentlich schon zack da oben ist ein Checkpoint und unten ist noch ein Checkpoint ok ich habe ich zwar wieder voll aus den Augen verloren oh da ist der kleine Lich ähm bist du jetzt auch da? oh da bist du jetzt auch fuck ja ich auch oh warte 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 Verstärkung Verstärkung ist ein ich bin tot oh ne 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 ich hab euch mal den Gang hier kaputt gehauen oh ne oh ne da war nämlich so Turm und die Erinnerungen Händler auch ich hasse die Händler Fischer Münzen überall Leck 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 Money 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 Da waren wir schon da waren wir schon Miss Paladin also müssen wir weiter noch ey also müssen wir weiter noch ne hier waren wir auch schon ich bin verwert ich bin verwert ich bin verwert Heilung und das der Drankhändler kann euch übrigens heilen ne das wisst ihr das wisst ihr bei den ersten Punkt ja ne das ist ein Feuerfeld oh das ist ein riesiges Spikefeld Lass uns zum Spikefeld gehen das sind Feuerdinge okay keine Ahnung aber was denn wo kommen wir da hin bin ich überfragt wir brauchen noch diese 10.000 more to go oder nicht äh 3 oder 2 müssen wir mal akzeptieren ich hab vorher noch ein Symbol gefunden das ist okay echt nicht ich suche mal einen Weg zu dem Feld da bin mir sicher am Felsen die Teile auch noch oder das ist ein Feld das sind die beiden Möglichkeiten ja gut jetzt bin ich wieder ganz weit zurück also ich kann jetzt auch noch mal ob da ist eine Kirche noch ne da müssen wir aber auch hin da müssen wir auch hin oh ne dann gehen wir dahinten da vorne ist so ein Ding allerdings ne ich bin jetzt beim Archer hier oben das ist jetzt hoch genau wir haben Eingang praktisch hm also ich bin jetzt ganz unten beim Spawn aber hier gibt's glaub wirklich nix mehr ja dann kommt mal ich hab noch so ein Ding gefunden aber wie kommen wir da hin äh hier links also hier vorne links oh ich bin bei dem Zentrum ja keine Ahnung wie man da hin kommt da ist so ein Ding ja ja da oben links siehst du es aber vielleicht gibt's nen Durchgang geheim ey 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 das könnte sein ah Moment ich hab Goldschlüssel wir haben ja jetzt nen Goldschlüssel ich ist meiner wir haben ein Goldschlüssel ich hab zum Teil ah ich hab übrigens diese Schussdinge hier ausgemacht übrigens noch ey sehr schön ah da oben ist das Golds Goldene Gedingse und äh hier wo ich bin ist nochmal so ein so ein Ding hinter der Wand irgendein Upgrade Frage ist jetzt wo du grad bist ah ganz oben links sehr gut yes sehr schön weg damit braucht kein Mensch hm ich bin hier auch nicht ah so viele Pfeile schon wieder keine Ahnung wie man da hinkommen soll hier ist vielleicht irgendwo was komm mein Käfer der eine die was ist mein Käfer der eine ähm der eine Magier hier hat sich grad eben voll in die Zackung teleportiert was ein vollidiot alter nein und wo seid ihr jetzt wow oh das Feld meinte ich vorhin okay ah scheiße okay hier ist die Mitte von einem okay ich könnte den hier platt kriegen toll ich bin ein Miniboss Gott ich liebe diese Unverwundbarkeits-Potions 72 Tore wow oh oh nein ich bin reingefallen oh nein ich bin ganz weit weg anfangs mein город wir sind ein Moment haben wir da Miniboss wieder aber Moment ja ich habe es nicht zufrieden ach so machter AHA habe ich er zurzeit er auf erlauben Prozent und dort war er auch so ein Thema der Reis das war Robben und er ist auch noch eine Prost Super er hat ein Zeichen der Oberkommens und ich glaube mein Lob genau und steh runter weil der ist dumm genug der ist dumm genug warte warte naja brenner zweck er pautet sich ja bleibt hier kommt zurück weil er ist wirklich blöd glück da rein zu laufen nee erst mal dritt stehen bleiben eine wird zurück gesetzt oder nicht jawoll es funktioniert sehr schön ich war aber da hinten noch nicht fertig ich wollte an das bloß dennoch ein noch abgubes war hier verletzt und ich habe den letzten gefunden und zurück ich weiß nicht was ich geöffnet habe aber ich hab's geöffnet ich bin stolz drauf wir haben es bald wir haben es bald ja auch lange ist es nicht mehr alter was hält das viel aus mal im Ernst danke ich hab schält aber die Wolke bleibt aber das ist cool wenn ich da dritte genau in die Falle rein doch und nein ich hab Gott der Gäste tot Frau Paladin Papier immer am meisten jetzt schlüssel k h er was wollte bin ich dir hier die aktiven jemals stand hier irgendwo ein checkpoint das ist ja ich habe unten schon würde ich sagen wir haben hier lang nachdem ich glaube ich bin so riskant und ja ich habe mich getraut und nein jetzt muss ich den ganzen weg laufen es wird ein tentakel ding auch Prozent es geht was geht nicht viel ich habe mich da mal wieder bis in die Spikes gelegt Prozent er hat auch mein Mann aber ich bin nicht mehr einmal hat dann kann ich einfach um ein paar Dinge nicht ja noch immerhin die den Taktischen Tod leben sie noch weiter stelle ich hin und höre es um eine oder die ganz viele magier die Musikersplatte machen ich komme Hamburg natürlich da perfekt das ist das und ich war es ist er kann also auch von mir das ist gut ist er was auch Treppen dieses Spiel die Messer bitte nicht so aus den Arm machen, Kinder habt ihr es jetzt bis einer heult hey, ich bin nur noch gerade wo bin ich? ganz genau, das meinte ich wo bin ich jetzt? super oh mein Gott da ist er schubsen ich weiß es nicht, das hat funktioniert richtigen Moment wahnsinn warte, hab ich einen Tote dazu bekommen? ja, hab ich einen Tote dazu bekommen ich weiß nicht, dass es funktioniert hat oder hat er fast sauber gewirkt leck wir konnten gerade den Server verarschen wir haben zu groß, wir haben zu groß, wir haben zu groß wir haben zu groß, wir haben zu groß was er war so ganz ehrlich, ich finde das Spiel echt schön, also grafisch auch, das fällt mir richtig gut ja es ist immer das selbe, es ist immer das selbe, es ist immer das selbe Schnelles zu groß ich weiß es nicht, wuhaaa ah ich hasse Leute wie ich im TeamSpeak nochmal zum schreiben, nachdem ich den geschrieben habe ja ich kann gerade nicht, ich mache gerade ein Let's Play hm ok ich hasse sowas ich auch Okay, dann höre ich jetzt auf, dich zu nerven. Ja, dann hör auch auf. Okay. Au, wer ist denn da bitter? Moment, kann ich dir noch eine Geschichte erzählen? Ja, okay, gleich. Ich möchte mit dir über Gott reden. Willst du deinen Glauben ändern? Guten Tag, du möchtest mich... Tut mir leid, ich glaube nicht an das Christentum. Oh, ich meine nicht das Christentum. Ich habe hier eine eigene Religion. In dir gibt es Zuckerwatte. Äh, hallo? Wir haben Kekse. Oh, ich bin schon wieder tot, ne? Das gibt doch nicht, ich will nicht den Meist gestorbenen sein. Momentan bin ich immer noch Spitzenreiter. Ich weiß, das ist aber nur noch ein Zeichwort, das gefällt mir nicht. Komm hierher, laupte alle zu mir. Wenn das Server mal ein Bock hätte... Das ist wahrscheinlich ein Zauber, das ist ein Global Zauber von dem Server. Das gehört zum Spiel. Ja, das ist der Legifus. Achso, wir haben jetzt, weil wir infinite Leben haben... Oh nein, schon wieder so ein Zauberer. Das ist Gotthard. Den Ding an ich nicht. Der wär mir lieber als der Zauberer. Na los, oh mein Gott, der wird ja ein Tentake fliegen. Das habe ich gar nicht gesehen. Könnt ihr aber unser Team heilen? Oh, 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 ich bin gekarnert. Mist. Äh, so viele Fledermäuse. Wir könnten mal echt auch ein Checkpoint gebrauchen, dann muss man nicht ganz so weit laufen. Mann, meine alten Knochen. Ah! Das ist ein Lapp, ich will nicht leben! Oh mein Gott! Oh mein Gott, komm weiter! Yay! Was ist hier noch los? Ah, das ist das, Miniboss! Super, ich bin am Stage eingegangen. Was machen wir eigentlich? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nein! Alter, du scheiß Miniboss! Der hat mich gerade ein bisschen in die Ecke gedreht. Goddammit! Nein! Ach übrigens, wenn jemand die Güte hätte, um einen Checkpoint zu akzeptieren. Ja, ich auch. Das ist gerade auch mein Problem. Weil ich bin ganz am Anfang gespawnt. Checkpoint! Ich bin auch irgendwo am Anfang gespawnt. Moment, ich bin beim Vitali... Moment, Moment. Wenn du allein bist, ich bin, damit ich weiß, wo ich ein Checkpoint aktiviert kann. Moment! Ah! Das war auch ein bisschen am Arsch der Welt, aber zumindest sind Händler unterwegs. Ich suche mein Checkpoint. Ich bin bei den Händlern. Haha! So, jetzt könnt ihr draufgehen. Und was machst du so? AUSCH! Dankeschön, das ist aber sehr freundlich von euch. AUSCH! Das war laut. Oh, hier ist der Magier. Ja, ich hab ihn auch schon gesehen. Ich freu mich wie ein Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel sind leider keine Lebewesen. Joooooo! Merkst du was? So. Jetzt hab ich einen Trotzschutz. Jeder Gegner, der mich angreift, hat eine 80-prozentige Chance, dass er einfriert. Ja, ich bin! Jawoll! Alter, was hab ich hier alles. Hahaha! Hier kann ich gar nichts mehr kaufen. Könnt ich beim Vitality Shop noch was für einen Mana Pool? Damage! Vielleicht ist das natürlich auch einen hohen Mana Pool. Und immer noch genügend Geld. Das können wir gerne machen. Wollen wir danach aber noch Custom Maps irgendwie spielen, irgendwann mal zusammen oder? Klar, können wir machen. Ähm, da sind wir das Team-Hämmer. Ich gehe da unten auch mal eigentlich. Oh, Slack gerade bei mir. Einkaufen! Aber irgendwo gab's noch ein Offense Level 5, also da müssen wir auch noch hinkommen, irgendwie. Oh, ich glaube, ich geh mal hier einkaufen. Oh, ich höre dich noch. Oha! Leute, hört ihr mich noch? Hallo? Ja, wir hören dich. Dann hast du auch ein Bildschirm rausgedrückt. Ich kann mein Halt so drücken, einfach nur mal ins Spiel. Ich hab auch die ganze Zeit aus hier. Nein, ich weiß nicht, warum ich die nicht einsetzen kann, weil alle voll sind. Oh, ich hab im Offense Typen alles gekauft. Ich auch. Ich fühl mich so mächtig. Jaaaa! Das ist so geil! So. Defense! Ach, wir brauchen schon Defense, wir brauchen keine Defense. Ne, ich hab mir ein bisschen was an Defense gekauft, aber alter, das ist für mich nicht. Oh mein Gott, Armour 4 kann ich nicht mehr machen. Ich hab jetzt Leben, das ist Krach, das reicht mir. Jaaa. Ich hab bis 367 Leben. Ich hab 247 Leben. Ich hab 247. Also ich hab jetzt grad irgendeinen Schalter aktiviert. Für ne Sequenz. Für ne Sequenz. Was auch immer die macht. Nein, Link schätze ich mal. Wo? Oh, hier ist ein random Ding. Jaaa! Hey! 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 Ah! Ich hab den Geheimgang geöffnet zum Bonus. Und ich aktiviere das Ding, ihr klaut alles. Äh, wenn du bei den Shops nach rechts und dann nach hoch, wo wir herkamen. Ja. Also, zurück zu den Händlern. Da sind wir glaub ich falsch, Jungs. Da müssen wir noch drehen. Da müssen wir noch drehen. Wir sind nicht in einem 3km Radius. Hey, guck mal, wie oft ich mich jetzt drehe. Da sind wir. Komm mit! Komm mit! Ah, da bist du ja. Wunderbar. Ja! Der Hauptreisel von tro solution super. Los die Ruhe. Power! Herrмl! So. Hier haben wir jetzt erstmal noch ein Rätsel. Ahhhhh! � Bahre. Was macht dieses Rätsel? h 100 Das können wir ja so gut. ja, Rave-Line! Ich kann übrigens fünf Meteoren schmeißen und, äh... Yeah, yeah, yeah! Haben wir's gleich! Fast hätten wir's geschafft! Komm, wir müssen noch ein bisschen mehr! Ja, Magia, Gautheuk, du machst einfach richtig! Also genau so funktionieren übrigens auch die Räte. Also man macht nichts anderes irgendwie mit Verstand. Irgendwann gibt's einen Zufallsgenerator, der die einfach aktiviert. Ja, genau. Ah, dieses... Guck, wir haben gesagt, dieses Twitch-Place-Pokémon! Gott, wo 65.000 Leute einfach nur befehles werden! Alter! Ja! Ich find's unfassbar, dass die es geschafft haben, aus dem Startdorf rauszukommen! Unfassbar! Ja, aber bei der Zeit, die der Papier rauskommt, sind sie wahrscheinlich schon fertig. Bisschen weiter, ja! Naja! Ja, aber so ein bisschen weiter wahrscheinlich! Boah, auf viel Geld! Leben! Unfassbar! Schüsse! Auf viel Geld! Na klar! Aufsache, oh, noch Cash! Na klar! Man braucht immer Geld! Oh Gott, bei mir ruckelt es wie Saukrass! Ja! I know what you mean! Ich töte vor! Schneller als du! Ich mach grad alles alleine! Was du gar nicht! Ich mach mich mit! Oh nein, du hast mich eingeholt! Ja! Ja! 185er Kombo! 200! 302! Ich kann nicht mehr aufhören! 230er Kombo! Nein! 258er Kombo! Leck mit Arme! Okay, ich hab keinen Biss gemacht! So, dann guck ich mir selbst mal unter Statistiken an! Oh, Kombo-Killer! You did it! Kombo-Killer! Ach! 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 Okay! Enemies killed! Wir müssen jetzt aber alle bei mir bedanken, ne? Haha! So! Wenn jetzt noch der Paladin auf die Latte laufen würde, dann... Hast dich ausgerüstet! Ja, klar! Der muss seine Stats checken! Ja! Die Stats checken! Aber die Stats checken wir auch am Ende, ne? Und dann gucken wir, wer der Beste war! Der mieseste war! Oh mein Gott, hab ich eben noch die Outer City! Ja, oh! Zu dem Händler will ich unbedingt noch! Zu dem eigentliches Händler! Da müssen wir noch irgendwie hinkommen! Zwei es wieder! Da oben! Da oben! Also um der Offensender! Keine Ahnung! Also um das letzte Upgrade! Ja, ich glaub... Das letzte Upgrade! Waren wir hier schon? Guckuck mal kurz mal raus, komm Jungs! 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 Zur Treppe! Dankeschön! Lalalala! Okay, dann waren wir schon zurück! Dann müssen wir nach unten! Dann waren wir auch schon! Dann waren wir auch schon! Oh scheiße! Meine Festplatte ist, glaub ich, voll! Folgt mir! Ich habe keine... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dann könnte ich aber auch direkt mal nach meiner eben gucken! Nein! Die ist echt voll! Oh Gott! Ich bin bei 30! Kannst du auf eine andere switchen? Ich... Ich... Lösch kurz ein paar andere Aufnahmen! Ich bin bei 30! Immerhin! Also... That's life! Tja! Ich weiß nicht wann er aufgehört hat, aufzunehmen! Scheiße! Äh, das passiert halt, wenn man leider mehr als... 4 Stunden am Stück... Ja! Das heißt... Wir können ja jetzt schon mal zum... Oh, wenn's nicht! Dings gehen! Zum letzten Abschnitt! Bitte nicht! So! 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 Ich hab' immer festgestellt, dass meine Festplatte voll war und ich weiß jetzt nicht wie viel verantwortlich kann ich aber... Da bin ich auf jeden Fall wieder! Ansonsten kickt jetzt einfach da! Da kann ich jetzt die anderen war! Sonst kickt jetzt einfach da! Mist, ich hab' den Visor schon wieder verloren! Wo ist jetzt schon wieder hin? Wo seid ihr denn? Hier! 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 Hier hin! Oh! Bitte! Hier ist Geld! Bitte! Hierher! Hier! Ich hab' eine Quest für euch! Gott, ey! Ich weiß wohl wo er ist, ich hab' ich hab' hellseherische... Ich hab' hellseherische Fähigkeiten! Hast du? Hellseherische Fähigkeiten? Ja, ich weiß wo der Wizard ist! Wo müssen wir eigentlich hin? Keine Ahnung! Ich hab' euch auch verloren! Ich hab' euch auch verloren! Da ist er! Siehst du? Ich hab' hellseherische Fähigkeiten! Ich glaub' es ist irgendwo nach rechts weiter! Also ich bin bei diesem Endboss Portal gerade! Weiter nach unten! Ich glaub' das weiß ich wo es ist! Also ich such' hier jetzt grad irgendwie... Irgendwann ich hab' vor einer Treppe gefunden, aber die waren wir glaub' ich schon! Das war ich bei uns! Da unten sind noch Gegner! Da unten sind noch Gegner! Okay! Soll' ich mal da unten? Soll' ich mal da unten? Soll' ich mal einfach auf mich warten oder? Ahhhh! Wo seid ihr? Wait a catch them all! Da hast du noch Gegner! Bekommt mir da Halle! Au! Au! Da sind die Spikes! Da haben wir einen Checkpoint aktiviert! Wozu Hölle sind die Checkpoints? Da! Da wo die Checkpoints sind! Das ist hier unten! Das ist ja genau ein Schlüssel! Aber hier ist kein weiterer Durchgang! Hier ist tatsächlich nur ein paar Gegner! Ach hier! Geld! Geld wie noch was! Und Gold! Hm! Brenne! Hilfe! Oh nein! Die ist wieder so ein Spike entgegen! Da baue ich mir auch nicht! Geld hat dann versteckt! Auch in einem Dungeon! So! Ja toll! Haben wir Geld gefunden! Ja richtig! Hm! Keine Ahnung! Jo! Ah wir haben uns gefunden! Wo geht's weiter! Ah! Endlich! Ah! Der Paladin-Charge steht durch! Und der Ranger geht einfach mal! Wir müssen jetzt wieder zusammen! Wir können mal hier runter gehen noch! Gucken! Was da ist! Ich hab wieder was übersehen! Ich hab wieder was übersehen! Gute Idee! Ja! Hey! Warte doch nicht! Ah! Okay! Haben eigentlich diese Schilder! Nein! Also diesen Infozeichen Wegweiser! Was zu bedeuten! Die eben zu diesen Shops führen! Ja! Die führen dich zu den Shops! Weil gerade eben bei den! Bei der Tür! Schatten halt Pfeile nach rechts! Zu den Shops! Nee! Da oben ist nicht weiter! Damit man weiß wo man hinkommt! Ungefähr! Okay! Ja! Die Portaltür waren wir schon! Ja! Da war! Da war einer von den Schaltern! Die wir drücken müssen! Recht? Ja! Ich bin verwirrt! Achso! Egal wer... Egal wer gleich stirbt! Der ist am Arsch! Oh ja! Ich aktiviere mal den Checkpoint hier! Ich laufe im Kreis! Wenn man es genau nimmt! Wieso nicht? Wo seid ihr? Weil der da... Vielleicht verreckter... Moment! Hier ist was offen! Hier ist was offen! Hier ist was offen! Hier liegt noch ein Leben rum! Der Paladin rast da rum wie ein Wahnsinniger! Oh! 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 Ab rein da! Wo seid ihr? Nicht wahr Paladin? Lauf zurück wo du hergekommen bist! Ah! Da oben ist er! Hier ist auf jeden Fall noch was auf! Ich weiß nicht ob das jetzt... Oh nein! Floorakt, was...? Schauen wir's uns mal an! Hier sind Käfer! Und alles! Ach! Herrjee! Hi! Hi! Hiii!!!! Wir haben wir das hingekriegt! Wir sind in Akt 1 wieder, Leute! Ja! Was? Wir sind genau am Anfang! Wow! Maybe can it drive from behind? Ja! Ich bin total verwirrt! Das finde ich jetzt extrem cool, dass wir nochmal hier sind. Die reden über uns da vorne, ne? Schweine! Nee, wir sind da rübergegangen und dann ist die Brücke eingestattet. Aber da sind auch noch Gegner. Vielleicht sind das auch wir in einer anderen Dimension. Moment, guckt mal, wo die Gruppe da steht. Da ist eine rissige Wand. Da ist eine rissige Wand. Das heißt, wir kommen da noch mal. Da ist eine Tür kaputt. Alter! Das ist jetzt wirklich einfach nur Teasing von den Programmierern. Ja. Diese Penner. Mein Gott, wie freig. Wenn du ein Mensch wärst. Wenn du ein Mensch wäre, der in so einer Situation ist, wie ich jeden Tag bin. Ja, da waren wir schon drin. Da unten ist ein offenes Portal, ne? Ja, hab ich auch schon gesagt, aber da waren wir scheinbar schon drin. Ja, das war auch kein optionales Portal. Ja, das geht noch eurer und auch kaputt. Wenn du willst, können wir doch mal reingehen. Nein, die gehen ja kaputt. Ja. 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 Oh, Tatsache. Oh, Tatsache. Ich bin klug. Weißt, wo gleich rauskommen. So, ich weiß jetzt noch nicht... Oh, zum Glück wir uns deaktiviert haben. Ganz sei Dank stimmt ja. Hey, das ist total. Also ich weiß auch nicht wo. Lass im Portal! Ich geh mal rein! Oh mein Gott, das hab ich noch gar nicht gesehen. Burnt. Ja! Burnt! Uns fehlt noch ein Symbol oder? Und hier reingehen! Ja. Ja. Ein Hakenkreuz. Ich hab keine Ahnung. ja wir waren schon überall doch überall eigentlich so Mann irgendwas haben wir über die ich traue dem Raum da nicht ich denke da ist ein Secret aber ist es nicht schade ist das sicher kein Secret hier irgendwo es war ein Secret da war noch vorhin drin da ist aktiviert schade die weiße so unten da wo gerade herkommen sie nicht mehr hin müssen da müssen wir eigentlich mehr hin aber hier rechts war auch die Feuerfalle das Teil ist auch aktiviert ja ich denke auch wir haben hier oben links haben wir jetzt gedrückt und also müsste unten rechts und das andere war ja in diesem Portal Ding ja ich gebe mal die Richtung richtig das heißt unten irgendwo wenn gehen wir dann schauen wir auch nach unten ja also hier über die Brücke oder geht es zu Feuerfalle zu großen ich kriege ein Eis ich finde ein Eis magier natürlich vom vom Eis magier aber mein Lieblingspaar so meiner auch mit dem Suchen nach dem Teil was ich jetzt nicht hier was soll der Stress haha ich weiß es auch nicht Feuer ich bin hier glaube ich in der Sackgasse auf dieser das übersehen wir wahrscheinlich laufen wir direkt an der Lösung vorbei oi 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 ich wäre jetzt wieder fast gestorben mit Sicherheit ja willst du doch immer checken da sind teilweise Regale die sehen aus wie ganz normale Regale und dann sind da Geheimgänge drin weil da weil da manchmal Augen rauskommen deswegen renne ich jetzt mal eben frontal an allen Regalen vorbei oder das ist doch noch was ich tue wahrscheinlich lang wahrscheinlich lang sie uns so zuschauen ja das geht mir auch immer so wenn ich irgendetwas anderes in das Play dazu gucke ja ja ich sag nur mein erster Part ne wo da die Pfeilfalle war und ich renne da einfach durch können auch wieder mal random irgendwie Weg runter gehen keine Ahnung um Speicherplatz zu sparen werde ich hier jetzt mal ganz kurz cutten und dann werde ich hätte doch eine normale Markierung Gesetze zu springen wenn wir es haben Prozent D so ja wichtige Scherlochs ja wir Helden haben einfach mal komplett den Gang übersehen ja so dann als erstes den Checkpoint hier unten aktiviert kann man muss ja da blöde Pfeilfalle blödes alles Scheiße wir sind so dumm ne au oh man verdammt ich darf nicht mehr sterben ne im Moment hier sind ja ausgeschaltet Paladimos X sterben ich bin gleich ich will doch nicht Barbie spielen Teamwork aber es steht ja auch noch nicht fest mit Barbie ne wir könnt ja auch so machen dass die Zuschauer entscheiden welches Barbie ich spiele es gibt ja ne Menge schlechter Barbie Spiele na gut was heißt schlechter es sind man wie bezeichnet man sowas kindisch behindert ja wir haben es ja Leute wir können endlich zum letzten Gegner yay aber wir müssen irgendwie noch zu diesem letzten Offensehändler kommen oh scheiß auf den letzten Offensehändler der ist kacke der verkauft wir kommen mehr wir kommen doch übermächtig sein Minno wir gehen zu dem Boss ich hab keinen Bock mehr ich will der Allerbeste sagen ja wie keiner von dir war haupten kommen keine Ahnung ganz allein schnapplich sehen wahrscheinlich von hinschieren die Gefahr ich schreibe durch das ganze Land die Suche von weit und breit und breit die Kraft Pokémon zu verstehen was ihnen diese Lasse nach die der Freizeit macht verleiht Pokémon komm und schlapp die Idee das war jetzt das war jetzt die schlechteste Serie von Christopher Walken Interpretation die ich je gehört habe und ich hab schon viele schlechte gehört so na la 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 komm na schäme mal denn der Zauberer ist wieder weg so Volkbier ich hab keinen Plan ach 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 ich hab den Zauberer gefunden ja Moment auch da ich hab den Zauberer gefunden Wahnsinn ich stehe hier schon eine ganze Weile und rede mit Hey, the magical machine has once protected the old king. The old king has turned evil and is now protecting the old king. Also make sure you stood up before entire... The old king has turned evil and is now protecting the new king. Halte dich die Fresse, los, stirb! Ich will nicht mehr mit dir reden. Nein, die sind zu stark um zu sterben. Wieso eigentlich? Warum sind die zu stark um zu sterben? Hey, the magical machine that once protected the old king has turned evil and is now protecting the old king. And the magical machine that once protected the old king. Okay. Good. There is the new king. Oh, Geld, Geld! We are now in the hall of the opponent. Yes. Because if he makes the king or we are in a damn... Alter, wie... Also man sollte sich aber auch auf jeden Fall alles kaufen können, kann das sein? Ja, wir kommen auch nicht zurück. Okay. There is no way back. Und nichts da oben... Das da oben ist übrigens der new king. Nicht angreifen. Guckt mal. Ach du scheiße. Ah! Ich war's nicht! Der hat's aufgemacht! Gott, Hulk! Er war's! Ach du scheiße. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Oh Mist, stimmt ja. Wir müssen jetzt hier... Wir haben vorhin jetzt die Fakizur besprechen. Wir müssen jetzt hier diese Sphären erst angreifen, zerstören. Erst wenn eine von denen kaputt ist, können wir den Drachen angreifen. Oh! Okay. Gut zu wissen! Pokémon! Das kannte ich noch nicht! Hast du noch nicht so weit gespielt? Ich dachte, du warst auch schon mal durch. Ja, nicht in der Version 1.2. In der Version 1.0 oder sowas. Da ist er... Da war das noch nicht. Da war's... Da konntest du einfach drauf hammern. Ach! Jetzt den Drachen angreifen! Aber wir kriegen Schaden! Ja, aber... Trotzdem! Aber ich bin gestorben. Ein Drachen mit Feuer angreifen ist... Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber gut. So. Hey! Super! Übrigens, wenn man seitlich von ihm steht, ist man ziemlich geschützt. Es sei denn, er macht den komplexen Splash-Angriff. Nein, ich will nicht Barbie spielen! Oh Gott, heute weiß ich, was mir grad einfällt. Wir wissen gar nicht, ob wir jetzt alle nach allen Planks jetzt noch gesucht haben in der Ebene hier. Ich glaube nicht. Also... Und so brauchen wir die verkeckten Planks! Das musst du schon noch merken! Das musst du schon noch merken! Mann! Töte erst mal einen Drachen! Warum steckt der eigentlich in der Wand fest? Nein! Ja! Nein! Brenne! Ich bin doch noch so blödsinn drin rein, ey! Okay, die Hälfte haben wir schon, Leute! Ach, du erzählst schon, dass du ein Erleben! Das war nein! Nein! Jetzt! Wollen wir doch fest auf die Fresse hauen! Au! Ich bin tot! Nein! Warum bin ich tot? Weil du in seine Kralle reingerannt bist! Mist! Mach's Sinn, ne? Ja! Aber, aber... Ableh! 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 Ja! Darf nicht nochmal sterben! Nein, nein, nein! Weg! Weg! Ja! Das letzte Ding ist da! Ach! So, ich spare mir jetzt meine letzten Bomben auch für den Drachen direkt! Weil ich kann dem gleich locker 13 Bomben um die Ohren hauen! Au! Und das sollte eigentlich genügen! Ich werd mich nebendran mit dem Flammenwerfer! Okay! Oh, nie! Bullflame! Ja! Nein! Komm schon! Oh Mist, genau! Und der Spawn ist nochmal Magier! Passt auf! Magier! Scheiße! Kill den Drachen! Ist der Magier? Was ist hier los? Da hin! Da hin! Da hin, Monster! Ich komm nicht zu euch hin! Ich will euch helfen! Ich komm da nicht hin! Nein! Nein! Ich darf nicht sterben! Nein! Ich darf nicht sterben! Das ist ein Miniboss! Der Drache ist gleich tot! Kennst du nicht! Und schmeißt den Bomben in die Fresse! Oh Gott sind das viele! Ich renn durch Leute! Ich renn durch! Ich renn durch! Rage! YOLO! Ich glaub ich hab geschafft! Yeah! Dragon slain! Wow! Aber jetzt ist noch nicht fertig! Ich hab's geschafft! Wir haben's geschafft! Aber der Drache ist weg! Der hat uns gar nicht getan! Der hat uns gar nicht getan! Und jetzt sieht er gleich wofür wir die Planks brauchen! RUN! RUN FOREST! RUN! RUN! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! NEEIN! Nein! I WANT DIE! NEEIN! 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 Ich hab mehr Punkte! Oh mein Gott! So, Statistix! Mikey G is the winner! Baby! Yes! Jake darf spielen! Oh, not fuck! Ich kann doch spielen, was auch immer er spielen will! Das ist 79 Scheiß! Damage done! Ich hab am meisten Schaden ausgeteilt. Nee, nee, Quatsch! Jake hat am meisten Schaden ausgeteilt. Ich hab am dritten meisten. Ich hab mehr als Mikey. Gotthold hat die meisten Enemies gekillt? Nein, na doch, ich bin Zweiter. Damage taken! Ja, wer wohl! Oh! Die Tode! Pickups taken! Wow, da waren wir ja richtig gut auf, Leute! Ich hab die meisten Pickups aufgenommen. Pickups taken! Okay. Alter, wie... Wir sind Marathon gelaufen! Mehr als Marathon! Ja, die sind alle... Nur 60 Kilometer! Ich hab aber meistens... Break-Bonus-Joyles! Gottthold und... Ja, wir sind da richtig Reihenfolge, geil! Man are used! Man are used! Das dürfte... ja, spam! Ich... Ja, was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Du bist irgendwie immer... Was hast du am wenigsten Marathon? Ich verbrauch' nicht viel Marathon! Was am wenigsten zerstört! Ich hab in meinem Standardschuss die meisten da drauf geballert! Ja! Der macht ordentlich Schaden! Und die meisten... Punkte! Ja! Angeber! Sehr gut! Da kommt der Assassine von hinten! Oh mein Gott! Ja, cool! Okay! Ja, das war... Das war... Hämmerlich! Ne, Leute? Wow! Das ging jetzt irgendwie doch schneller als erwartet! Ja, schneller als erwartet! Wir haben... Was weiß ich... Sechs? Sechs Stunden gespielt?! Ein paar Stimmchen! So von... Von circa 14 Uhr jetzt ist Viertel nach sieben! Und ich hoffe, es ist nicht zu viel für deine Aufnahme, was ich jetzt verloren hab wegen der Festplatte! Wahnsinn! Ich bin richtig gut gefasst! Ja, Leute! Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch das ganze gefallen hat! Und wie euch das Spiel gefällt! Hab das auch schon gespielt! Super Spiel! Kann ich empfehlen! Würdest du auch interessieren! Ey, super! Macht süchtig! Wenn man es einmal durch hat und jetzt nochmal... Wahnsinn! Vor allem zu viert ist es richtig, richtig! Oh ja! Das einzige Problem ist mit deinem Teil uns bitte speichern! Du kannst einfach nicht zwischenspeichern und es komplett durchzocken! Ja! Mit deinen Kumpels! Aber das klappt ja auch wunderbar! So wie wir es gerade bewiesen haben! Ja, mit nur... Keine Ahnung, wie viel wird er tot! Ja, mit nur... Keine Ahnung, wie viel wird er tot! Ja! Gut! Dann würde ich sagen... Das war's dann mit dem Projekt! Mein Name ist Gortholk! Ja! Das da sind Sven Schuh, Screaming Mikey G und Jake Rico! Ich hoffe, ihr hattet Spaß! Wir hatten es auf jeden Fall! Und ich würde... Und dann sehen wir uns irgendwann wieder! Bis dahin und... Ciao, ciao! Tschüss und bis denn! Rocky life everybody! Cheerio! Auf Wiedersehen! Bis dahin und bis dahin!